Mr. Scheer, how are you today? Mr. Scheer liegt schon den ganzen Tag hier hinten und hat noch... ...Morgens gut ist gescheissen und er muss das Gesicht leeren heute. Das war der Tagesablauf bis jetzt. Wir stehen hier jetzt in Victoria und sollten den nächsten seiner auf die Ferien gehen. Und er hat eine fantastische Aimee und Tobe. Oh, der geht!